Oh oh! Was muss ich machen? Was muss ich machen? Oh, Kuh drücken! Ah, schnell Kuh drücken einfach! Und dann eh! Geil! Voll vor den Herd geschlagen, ey! Da, wo die Tusse hingehört! Vor den Herd! Tritt jetzt voll ins Gesicht! Bam! Aber sowas von! Ah ja, und jetzt ist die schon wieder da! Wie schnell sind die denn? Ah, guck mal, die hat einen Hammer für mich dabei! Aber den müsst ihr mir ein bisschen schneller geben! Sonst lutscht die gleich an meiner Wunde! Gib meiner Wunde einen Zungenwundenkuss! Ah, komm schon drücken! Gib den Hammer! Los! Sehr schön! So! Das fühlt sich doch schon besser an! Ich hau einfach noch ein paar Mal drauf zur Sicherheit! Und nochmal! Okay! Sorry! Das sieht so aus, als hätte ich überreagiert! Entschuldigung! Wow! Hi there! Ist schon so ganz normal, dass er hier gerade den Schädel eingeschlagen hat! Hat sie es getötet? Yeah! Etwas anderes tat es vor mir? Ich glaube so! Manchmal kommen sie zurück! Hast du einen getötet? Nein, aber sie werden oft getötet! Du hast alles selbst durch das? Ja, ich will meine Eltern jetzt nach Hause kommen! Ich denke, das könnte ein bisschen Zeit sein! Du weißt? Ja! Schau! Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich schaue nach dir bis dahin! Der ist nett! Hier abbauen, sobald die Sonne untergegangen ist! Nach Hilfe ausschalten, bevor es dunkel wird! Wir müssen Hilfe finden, bevor es dunkel wird! Ja! Es ist nicht sicher am Abend! Ja, nachts! In so einer Welt! Nee! Sorry, aber... Vor allem erst so ein Humpeln, dann schaut er da mal noch, guckt, ob er sich mit irgendwas verbinden kann! Ja, dann mal los! Warum rennt die denn so vor? Das... Das passt mir nicht! Ich sehe nicht, wo die ist! Achso, okay, dahin muss ich! Ist ganz komisch, man läuft irgendwie mit WASD, man kann aber auch dahin klicken! Oder? Machen die denn da? Ich bin niemals mit Mama zu Hause zu Hause, in diesem Fall. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Wir wollen hier... Haben die doch gleich gecheckt, dass hier voll viele Zombies sind, oder? Was ist das Problem? Ich muss bleiben? Was? Ich will nicht in der Triehaus heute Nacht schlafen, aber ich weiß nicht, ob ich gehen sollte. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Ich glaub' auch. Ich penne jetzt nicht nochmal da. Esst uns nicht! Ja, ich dachte, für einen Moment, dass du und der Kleine, wir beide geben uns den Schumpen. Huh. Du weißt, was das ist denn? Ich habe keine Idee. Du hast sie gesehen, dann? Du kannst das sagen. Ich bin Sean. Sean Green. Lee. Das ist Clementine. Ich bin Chet. Just some guy. Just some guy. What do you want to do? Was willst du tun? The monster is coming. We gotta go. Leave quick. Let's go. Ja genau, mit dem Bein macht er das jetzt. Guck mal. Von vorher. Genau, der kann kaum laufen, aber ein Auto schieben. Das gehört schon mal zu meinem Alltag, also. Das kann nicht, äh... Mit so einem zerfetzten Bein geht das, glaub' ich, nicht. Glaub' ich zumindest. Ja, komm, jetzt haut auf der ab. Geht langsam Zeit. Fahr doch jetzt. So. Okay. Also die Musik war jetzt nicht so spannend dazu. Also... Aber mal abwarten. Guck mal, die sind jetzt die ganze Nacht gefahren. Die geht so... Fährt mir irgendeiner mit. Was kommt jetzt wieder? Steht da gleich wieder einer? Er fährt hin um und wird dadurch von der Straße geschleudert? Ne. Die fahren lieber auf eine Farm. Mhm. Oh, ich hab jetzt schon gedacht, das wär die Farm aus der Serie. Weil ich fand die Serie The Walking Dead auch sehr geil. Da trennen die sich noch? In so einer Zeit? Die haben ja wohl nicht alle. Und wo er das? Ja. Nö. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Ja. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Mhm, okay. Toll, jetzt müssen wir da draußen warten. Noch nicht mal rein, bitten die uns. Voll unhöflich. Let's have a look. Ja, lass mal sehen. This is swollen to hell. Sieht gar nicht so aus. Können schlimmer sein. Of course. That's what it sounds like. Seems like things got off a bad in the cities. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Oh, that's the Herschel. Lol. How did this happen? Car accident. That's so. Where were you headed? Before the car accident. Haha, kann man gar nicht sagen. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl. I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. Haha. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. And we're done here. Okay. How did you get your name, darling? Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. Um, looking after her until we, uh, find our parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Things like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores, as it is. Yeah, lol. Der glaubt das alles nicht. We gotta do it. Really. I already said, okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. But if that's the Herschel is, it's hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do you do? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that's preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed. Towards Macon, I suppose. Okay. Alright then. Alright then. It smells like... Shit. I'm sorry. I shouldn't talk like that. That was a swear. I miss my mom and dad. I bet, Cliff. How far is Savannah? 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 Savannah is a city... Oh... Okay. I love you, baby. Haha! Huh! Tja, dafür, dass sie am Anfang noch damit protzen, dass sie es übersetzt haben auf Deutsch, haben sie aber ziemlich beschissen übersetzt. Sie hatten bestimmt nur die Texte. Dann würde ich auch nicht meinen Namen drunter schreiben. Hey, wer bist du? Warum weckt der mich einfach auf? Well, du schlug in einem Stall, kleine Frau. Glücklich, dass du keine Späder in deinem Haar hast. Aber ich glaube, dein Vater hat sie alle wegschraubt, hm? Ich bin, äh, nicht unser Vater. Ich bin, Kenny. Dad, wir haben noch ein Fens. Da ist ein Trachter und alles. Wir besser gehen, oder wir werden nicht hören. Das ist mein Kind, Ken, Junior. Wir heißen ihn Duck, doch. Duck? Dodgen oder quacken? Quacking. Dad! See? Die Worten ist, dass du auf deinem Weg zu Macon. Meine Familie ist von dort. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Klar kommen wir mit. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girls' name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen, what those things can do out there. So the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. The super Zäune, da kommen die bestimmt nicht drüber. I mean, you can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the tractor. We can visit. Hey there, uh, Kenny. Do you need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Nah, nah. No kids. No kids. I liked one, then. You know. What's your plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. What do you mean?